Hi YouTube, was geht? Herzlich willkommen zu dieser neuen Reaction auf den neuen Song von KuchenTV. Tick, punkt, punkt, tack, punkt, Zeituhr, Bindestrich, Shoyoka, Disstrack geht 4 Minuten 11. Ich bin sehr gespannt. Das kann, ähm, ja, es wird brutal. Wir sind hier gerade im Stream, gerne auf Twitch vorbeischauen. Ich bin gerade dumm und habe den Chat nicht eingeblendet. Im nächsten Reaction-Video wird das natürlich wieder der Fall sein. Let's go! Früher haben wir einfach einen Disstrack bei YouTube gemacht. Was ist da, was ist da, was ist da los? Hey, das ist doch eine viel bessere Art, mit der ganzen Sache umzugehen. Okay, zeigts mir! Ist das Rezo-Merch? Bruder, ich wollte nicht stoppen! Ist das einfach, ist das Whatever von Crowbeat? Ist es 1 zu 1 der, oder nicht? Ey, das ist schon krass. Ey, KuchenTV sieht in dem Video ernst gut aus. Also, no joke, ich finde den hier wirklich attraktiv. Und das ist bei KuchenTV schon eine Seltenheit. Spaß. Ehrlich gut, ehrlich gut. Gute Leine. Hab ich nicht gehört. Ey, immer dieses Gunnergy und dieser Ausschnitt in dem Video ist top, ist ehrlich top. Ich find wirklich schade, dass der Live-Talk nie zustande kam. Drum mach ich den ziehen, dann hol die Kleine vor die Kamera rum. Ich weiß, für deine Viewer... Aua. Wer ist das? Ist das... Ist das Caches? Oder ist das dieser eine Kollege von dem... Mix? Boah, wer ist das? Ja, es ist Caches. Junge, hä, seine Stimme ist irgendwie anders. Aber klingt gut. True that. True. Oh, wow. Kriegt Twizy noch ein Feature? Zick, zeig. Oh, Twizy kommt. Let's go. Okay, Twizy kommt so richtig hart und dann gucken halt way too hoch, aber ähm... Das ist klein bisschen lustig, aber... Ja, let's go nochmal rein. Ist 4x7 nicht dieser... Dieser YouTuber, der so Battle-Dings macht? Oder bin ich lost? Was ist 4x7? Wer hat... Wer hat Noah beleidigt? 4x7? Warum hat 4x7 Noah beleidigt? Check ich nicht. Kann jemand erklären, bitte? Danke. Naja. Ja. Ja. Gute Lime. Gute Lime. Hey, krasse Effekte, Junge. Sieht übel heftig aus. Hey, du wirst von uns zerrissen, so wie deine Anwaltpost. Ey, die Lines auf den Anwalt, auf den nicht mehr vorhandenen Anwalt von Shoyoka kommen mies gut. Die Einsicht fehlt, du in der Beweispflicht stehst. Seine Unterstellungen charakterlich ne 1 von 10. Tut mir nicht leid, weil sie Rufmord betreibt. Niemals schick Shoyoka-Hype. Doch ich dank Shoyoka-Hype. Und jetzt cancelt ihre eigene Bubbles Shoyoka weg. Denn sie allein ist verantwortlich für das Kuchen-Comeback. Immer mich... True, Junge. Es ist einfach ein Real Rap. Ohne Witz. Stände erwähnen, wenn du auf TikTok-Bühnen stehst. Shoyoka, ich hab das erlebt. Verdammt, was willst du mir erzählen? Hä? Vollweise aus Afrika. Emigriert ins Kinderheim. Pia, was weißt du von den Problemen einer Minderheit? Radikalität ist der letzte Dreck. Shoyoka, wann verstehst du endlich? Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Weil du jeden, der dir widerspricht, von deiner Bubble grenzen lässt. Du hast Leben zerstört. Ich hab Leben in die Welt gesetzt. Oh. Oh, Junge. Ey, Noah ist einfach ne Punchline, ohne zu wissen, dass er ne Punchline ist. Junge, das kann hart. Das kann wirklich hart. Der widerspricht von deiner Bubble grenzen lässt. Du hast Leben zerstört. Ich hab Leben in die Welt gesetzt. Schüsse auf die Walkbubble. Widerruf, wenn Skandal noch ohne Kuchen-Skanal. Wer ist YouTube egal? Eure guten Menschen nackt. Nervt das Publikum hart. Ich mach das Beat-Game wieder zu für ein Jahr. Tschüss auf die Walkbubble. Widerruf, wenn Skandal noch ohne Kuchen-Skanal. Wer ist YouTube egal? Eure guten Menschen nackt. Nervt das Publikum hart. Ich mach das Beat-Game wieder zu für ein Jahr. Tick-Tack. Ehrlich? Krass. Ich will nur ganz kurz den ersten Part hören. Früher haben wir einfach einen Diss-Track bei YouTube gemacht. Was ist da los? Was ist da los? Das ist dieses Happy-Ding. Hey, das ist doch eine Viel- Nicht wegen dem Video, sondern nur wegen dem Song. Viel bessere Art, in der ganzen Sache umzugehen. Also ich muss sagen, der erste Part hat mir so vom, einfach vom Rap und vom, ähm, von der Atmosphäre, von der Delivery, einfach vom musikalischen besser gefallen. Also der zweite, also konnte man sich einfach besser geben, I don't know, aber ist einfach subjektiv. Zweite war von den Punchlines deutlich krasser, ähm, und war mehr in die Fresse und so, aber, ähm, kein Teil irgendwie, der jetzt irgendwie krass dem anderen hinterher-Dingst. Sehr krass. Es ist, es ist einfach so, es ist so geil, wie er mit so einer Selbstironie da reingeht und so. Es ist ehrlich, ehrlich gut. Also die haben sich wirklich krass Gedanken gemacht, merkt man. Ich schaue natürlich nur wegen dem Rezo-T-Shirt, weil Rezo ja mein bester Freund ist. Warum hat, ach so, Lügen haben Roos, weil das check jetzt erst, weil der halt immer lügt. Naja, okay, gut. No Burberry, Rolli an meinem Handgelenk, dazu ne Dose Gönnergy. Ich find wirklich schade, dass der Live-Druck nie zustande kam. Drum mach ich den Zinn an, hol die Kleine vor die Kamerung. Ich weiß für deine Viewer, wer das fördert ist. Aber nimm die Kamera bitte runter, lass, gehört sich nicht. Und nur weißt, in der Gamer-Scene scheinbar... Ey, es gibt echt ein geiles Feeling so. Es gibt echt ein geiles Feeling, also Props dafür. Das kann man sich wirklich gut geben. Ja, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich feier's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob's schon ne Shoyoka-Antwort gibt. Es gibt auf jeden Fall Money. Aber noch keine Shoyoka-Antwort, glaube ich. Wenn's die gibt, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Dann schau ich mir das unbedingt auch noch an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das anschaut. Aber es wäre krass auf jeden Fall. Schaut auf Twitch vorbei, schaut auf YouTube vorbei. KuhnTV, sehr, sehr krass gewesen. Kann man nur feiern. Außer man ist Shoyoka und Freiraum-Reh, Roos und die ganzen anderen seltsamen Menschen. Haut rein, danke fürs Zuschauen und ciao.